Hier sind wir jetzt am Heumarkt und das soll die schönste U-Bahn-Station sein. Gehen wir mal runter. Wenn du das irgendwie aufs Status stellst, dann weißt du nicht, was das sein soll und wo du bist. Wie heißt es? Heumarkt, Neumarkt, Heumarkt. Heumarkt ist auch die andere Haltestelle, Altstadt. Weißt du, wie will man zum Weihnachtsmarkt gehen? Ja, genau. So, okay. Ups, falsche Seite. Oh, zu. Ich wundere mich, dass hier kein Fahrrad drin ist. Soll ich das hier vielleicht machen? Ja. Ist ja auch Anfang und Ende, ne? Wo fährt man da? Ups, jetzt geht sie kaputt. Die Türen gehen auf. So. Mal hier wieder runter. Kumpel machen. Kumpel machen. Dissert sind werfen? Oh, das ist schongefähr. Das ist schongefähr. Ja, ich habe das ein. Das ist schongefähr. Wow, Spate! Jetzt geht's. Spate. Guck dir das mal an hier, mit diesen Nähten. Richtiges Wesen. Doch, schon irre. Schon irre. Auch noch schön sauber hier alles. Ja. Das gibt es ja schon. Das gibt es ja schon. Ja. 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 Das ist aus der alten Römerzeit bestimmt. Stadtmauer oder so, ne? Ja, die Rolltrip ist aus der alten Römerzeit. Ah, fett los. Ja. 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 Wo sind wir überhaupt? Genau. Ach, hier. Ja. Oben. Hier. 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 Ach, Losteria gibt es hier auch. Ach, Losteria ist, sie ist hier auch. Schwarzer, sie ist hier auch boundaries. Aah, weil die Appen und das so gibt, es nicht. Wie viele Leute?